Asterix und Obelix 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 Asterix 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 Dank Tefaks Rudertalent stechen unsere Freunde in See. Aber schon bald wird ihnen der Wind aus den Segeln genommen. Es geht doch nichts über eine schöne Keilerei. Engel, ist es genug für alle da? Heute bin ich viel zu schwach. Nicht so schick, dann! Immer in die Karun! Immer in die Karun! Nicht so schick, dann! Nein, nicht so schick, dann! Nicht so schick, dann! Nein, nicht so schick! Nicht so schick, dann! Nicht so schick! Nicht so schick! Nein, nicht so schick! Nein, nicht so schick! Oh ja, oh ja, ein Kampf! Ich bin aufgewertet! Es ist ein Weg gekommen! Ich bin zu schwach! Immer rundherum! Nicht zu schüchtern! Immer rundherum! Nicht zu schüchtern! Nein, das ist genug für alle! Ich glaube, ich stehe an den anderen. Ich bin mir wieder hier. Ich glaube, ich stehe an den anderen. Warum bin ich nicht gescheit? Ah, nicht zu früh, dann. Los, Kuss. Weißt du, Asterix, hier haben sie nur die Warnsicht. Ich bin ein Gallier. Ich bin ein Gallier. Es ist gut für alle da. Ich bin ein Gallier. Autsch. Wie viel Platz zum Kämpfen ist. Ich bin ein Gallier. Nicht zu schön. Ich bin ein Gallier. Ja. Ich bin ein Gallier. Ja. 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 Pelinus! Endlich gehen unsere beiden Gallier, ein Brite, ein Fass und ein kleiner Hund an einem reizenden britischen Strand an Land. Aus dem Weg! Aus dem Weg! In diesem verlassenen Strand ist Muscheln und Pustentiere. Nein. Es geht doch nichts in eine schöne Kleine rein. Kein Mann! Jetzt kommt's! Begrüßen wir diese Röder an den Stiefgeheim, oder? Jetzt ist es! Begrüßen wir diese Röder an den Stiefgeheim, oder? Was ist denn das? 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 Ist das genug für alle da? Einmalverlust! AUSTIME! 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 Was ist denn das? Sag mal, Asterix, werden wir nächstes Mal zählen, wer die meisten erledigt hat. Hopp, hopp. Ach, komm, jetzt kommt's! Weg da, ich hab's eilig! Hopp, hopp. 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 Attonde, ta fort! Hopp. Oster, ich hab's eilig! Aus wie weh! Aus wie weh! Wir müssen wieder krass tanken. Los, Kusch! Achtung, jetzt kommt's! Nicht so schüchtern! Immer rundherum! Aus dem Weg, ich komme! Was wäre das? Im tosenden Sturm schlägt Tefax vor, Schutz im Gasthaus zum lachenden Wildschwein zu suchen. Unter Umgehung der Hauptstadt begeben sich unsere Reisenden zum Dorf der unbeugsamen Briten. Achtung, jetzt kommt's! Die kommen wohl aus dem Urlaub wieder. Achtung, jetzt kommt's! 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 Nicht so schüchtern! Achtung, jetzt kommt's! Aus dem Weg! 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 Ah! Ich bin der Fall. Ich hab's eilig! Jetzt kommt's! Der Weg durch liebliche Landschaften und duftende Wälder führt unsere Freunde schließlich in die Nähe von Tefax Dorf. Ich hab's eilig! Achtung jetzt kommt's! Hör! Ich bin zuhause! Äh! Inja! Maschentung, wir kommen! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Obelix, wir gehen lieber nicht zu weit vom Weg ab, wir verirren nicht noch. Ich hab's heilig! Ich hab's heilig! Obelix, genießen wir diesen kleinen Waldspaziergang. Hopp, hopp! Hurra, Römer! Wir kommen erst nix, begrüßen wir Sie! Achtung davon! Es ist ein Weg, ich komme! Ich hab's heilig! Immer runden! Aus kurz! Nicht drängeln! Nein! Es ist ein Weg, ich komme! Du gehst weg! Sie müssen weg! Hältst mich! Land hat es gleich! Die werden sich hier an uns erinnern. Na, nicht so schüchtern! Achtung davon! Emma! Komm! Achtung, jetzt kommt's! Los, Busch! Werde, ich hab's eigentlich! Jetzt hast du hier! Ja, dann Sundays! Achtung, jetzt kommt's! Oww! 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 Oww, Oww! Ich hab's hier nicht! Das wäre das. Und so erreichen unsere Freunde ohne das Fass schließlich das Dorf, wo Häuptling Seebigboss sie begrüßt. Die Briten haben den Trank, den Asterix gebraut hat, getrunken. Es ist Zeit, den Römern zu zeigen, aus welchem Stoff wir sind. Endlich ist hier mal was los! Ich habe das Gefühl, ich bin ständig nur auf Axte, Asterix. Aus dem Weg, ich komme! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Achtung, da vorne! Wir sind wirklich viele Leute, Obelix. Das muss eine Touristen-Gegend sein. Achtung, jetzt kommt's! Häng da, ich hab's eilig! Los, Busch! Na, nicht so schön, dann! Ich bin mitgekommen! Rängel, ist es genug für alle da? Achtung, jetzt kommt's! Sie weh! Aus, sie weh! Aus, sie weh! Ich komme! Immer noch mehr! Oh! Oh! What's that? Hier! Ich hab's heilig! Jetzt kommt! Oh! 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 Aus dem Weg, ich komme! Oh, so schlimm! Ach, was da wird's? Überlass ihn mir! Überlass ihn mir! Ja, nicht so schlimm, dann! Oh! Teraz kommt! Bis dahin! Ich hab's heilig! Hey! Mach's dem Weg hier gut! Ach, хоть wunderbar! Oh, oh, oh! Weg da! Ich hab heilig! Mission erfüllt beim Belenus! Nun wieder zurück in Tefagsdorf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Unsere siegreichen Gallier kehren ins Dorf zurück, wo Obelix auf ein üppiges Festmahl hofft. Nach einer kurzen Weile erreichen unsere Gallier schließlich einen Wald, der vor wilden Tieren nur so wimmelt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR